Musik Auftrete in der Kopfschmerz, betrifft jeden von uns. Jedoch sind die Ursachen und Auslöser bei jedem Menschen unterschiedlich. Finde in diesem Video heraus, welche vier Hauptursachen deinen Kopfschmerz verursachen können und welche weiteren Auslöser es gibt. Erstens, Probleme mit der Gallenblase. Hier liegt bei der Mehrheit der auftretenden Kopfschmerzen die Ursache im verstopften Gallengang. Der Gallengang verbindet deine Leber mit deiner Gallenblase. Durch zu wenige Galle bzw. Gallsalze kann die Galle nicht ungehindert fließen. Unter anderem wird diese Blockade von erhöhtem Konsum an Nüssen, Erdnissbutter, Fertigprodukten und zu fettigem Essen verursacht. Du brauchst Galle für die Fettverdauung. Außerdem ist deine Gallenblase mit dem Zweichfellneft im Nervosphreen ICUs verbunden, welche sich unter anderem an deiner rechten Schulter über den Nackenbereich bis zum rechten Augenbereich ausbreitet. Um zu testen, ob der Grund deines Kopfschmerzes auf eine Leber-Gallenblockade zurückzuführen ist, nimm deine Hand und press deine Finger in den Bereich deiner Gallenblase. Sie befindet sich auf der deiner rechten Körperhälter in Nähe deiner Leber. Halte diesen Punkt für 2-3 Minuten gedrückt. Sollte der Kopfschmerz weniger werden oder sogar verschwinden, lag das Problem bei deiner Gallenblase. Unterstütze deine Leber mit Artischockenextrakt oder frischen Artischocken, die enthaltenen Bitterstoffe animieren deine Leber bei der Bildung von Galle. Mit der Galle ist außerdem die Emotion der Wut verbunden, gemäß dem Satz, vor Wutgift und Galle spucken. Zweitens, Hormone und Menstrulierzyklus Mit dem Beginn der Menstruation, steigt der Östrogenspiegel in Blut. Gleichzeitig wird die Produktion der Endorphine gehemmt, welche für die Linderung des Schmerzempfindens eine wichtige Rolle spielen. Vielen Frauen, werden hier Schmerzmittel verschrieben, welche neben schädlichen Nebenwirkungen, deine Nieren und deine Leber vergiften. Eine gesunde Leber ist in der Lage, Östrogen im Körper umzuwandeln und abzubauen. Neben grünem Gemüse wie Brokkoli, Rosenkohl, Grünkohl, Algen wie Spirulina und Chlorella, solltest du auch schwefelhaltige Lebensmittel wie Zwiebeln, Blattgemüse, Knoblauch, Eideuter und Zitrusfrüchte zu dir nehmen, da diese deine Leber optimal entgiften. Drittens, der Nacken Nur ein geringer Teil der Kopfschmerzen sind auf angeklemmten Nerven im Nacken- und Wirbelbereich zurückzuführen. Testen kannst du dies nach dem Besuch beim Chiropraktiker. Sollten die Symptome nach wiederholten Justieren noch bestehen, liegt die Ursache deines Kopfschmerzes womöglich woanders. Viertens, Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien und Intoleranzen. Zum Beispiel die bekannte Glutenunverträglichkeit. Der Kopfschmerz tritt hier gewöhnlich zeitversetzt zur Nahrungsaufnahme auf. Nerven welche sich im entzündeten Magen- und Darmbereich befinden, werden durch die entreffende Nahrung, stimuliert, was folglich zu Magenkrämpfen kommen kann. Verbunden werden hiermit dann im Nachhinein auftretende Kopfschmerzen. Weitere Auslöser für Kopfschmerzen können sein, Stress und emotionale, traumatische Ereignisse. Künstliche Süßungsmittel Koffein Alkohol, besonders Weißwein durch den Gehalt an Sulfaten Histaminhaltige Lebensmittel wie Schokolade, Sauerkraut, Rotwein und Weißwein, Avocados, Bier, Wurst, Salami, geräucherter Schinken und Fertiggerichte. Glutamat Hier ist es wichtig zu wissen, dass Glutamat zu den Aminosäuren zählt und vom Gehirn selbst produziert wird. Es nimmt hier die Rolle des Signalübermittlers oder Neurotransmitters ein. Ohne Glutamat im Hirn könnten wir nicht lernen, hätten kein Gedächtnis- und Sinneswahrnehmungen. Jedoch kann überschüssigen Glutamat gewonnen aus Fertigprodukten, das sogenannte Mononatriumglutamat, das Gehirn schädigen und zum Migräne führen. Fermentierter Käse, besonders Parmesan Wetterfühligkeit, aufgrund der sich verschiebenden Luftmassen und Druckverhältnisse Schlafmangel mit bekanntem steifen Nacken Schmerzmittel bei Kopfschmerz, wie Aspirin und Ibuprofen, welche erneut Auslöser für wiederkehrenden Kopfschmerz sein können. Zitat des Tages, die Wurzel allen Übels, ist meist nicht das Erwartete.